Naja, ursächlich ist der Hintergrund schon das, warum wir beim ersten Mal hier waren, dass uns die Kinderrechte sehr wichtig sind und dass wir glauben, dass wir in einer Gesellschaft, die derartigen Umbruch ist, was partnerschaftliches Zusammenleben angeht, natürlich auch auf die Kinder Rücksicht nehmen muss. Und wir haben ja heute am Abend auch gehört, dass hier oft noch sehr erwachsenenzentriert vorgegangen wird, auch von Seiten der Richter und bei entsprechenden Trennungen dann auch von den Erwachsenen. Und ich finde es ganz gut, dass es einen Verein gibt, der eben auch den Kinderblick in den Mittelpunkt seines Wirkens stellt. Erster Grund, zweiter Grund ist, voriges Jahr war eine erfolgreiche, tolle Veranstaltung. Heute ist es eine tolle, erfolgreiche Veranstaltung mit vielen Experten, die man sonst in Österreich leider nicht hören kann, mit denen man dann auch reden kann, zum Angreifen quasi. Und nachdem ich selbst an dem Thema sehr interessiert bin, wäre ich sicher auch noch bei den zukünftigen, derartigen Abenden anwesend und sehr gern zu Gast sein.